Mein Name ist Sascha Rabe und ja, du bist Finanzdienstleister, aber du wirst losgeschickt zur Kaltakquise. Ja, du hast mit einem Klemmbrett und einer Zeitung vor den Häusern oder in den Hochhäusern vor den Wohnungen der Kunden zu stehen und die zu überreden, dir ihre Kontaktdaten zu geben. Ja, du sagst, das funktioniert nicht mehr, das ist nicht mehr so, dass das ein funktionierendes Geschäftsmodell ist. Wenn du diese Situation hast, dann komm zu mir, arbeite mit mir zusammen über meine Social Media Kanäle, bekommst du jeden Tag einen Kontakt zu einem potenziellen Neukunden. Diejenigen tragen sich aktiv bei mir ein, wollen aktiv dich kennenlernen und möchten mit dir zusammenarbeiten. Wenn du keine Lust mehr auf Kaltakquise hast, dann ruf mich an, dann kann ich dich massiv unterstützen.